Eigentlich ist es so, Politiker und Politikerinnen im Bundestag stehen unter einem besonderen Schutz. Das heißt zum Beispiel, dass die Polizei nicht einfach gegen sie ermitteln darf. Diesen besonderen Schutz nennt man politische Immunität. Aber warum gibt es diesen besonderen Schutz überhaupt? Früher gab es Zeiten, in denen Politiker oder Politikerinnen von politischen Machthabern einfach so verhaftet werden konnten, etwa weil sie andere Meinungen hatten. Wenn sie aber einfach so verhaftet werden, fehlen sie bei wichtigen Abstimmungen. Dann ist es für das Parlament schwierig, gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Aus diesen Gründen gibt es also schon seit langer Zeit einen besonderen Schutz für Politiker. Die politische Immunität. Es gibt aber auch Situationen, in denen die Immunität eines Politikers oder einer Politikerin aufgehoben werden kann. Werden diese bei einer Straftat wie zum Beispiel einem Diebstahl erwischt, ist eine sofortige Verhaftung möglich. Ansonsten kann nur das Parlament selbst darüber entscheiden, ob gegen PolitikerInnen ermittelt werden darf oder nicht. Wenn es mit Ja stimmt, verliert die betroffene Person ihre Immunität. Und das ist, dass sie mit Dir. denn die Straftate werden angemessen. Das ist eine sehr wichtige Partei. Und die Gesellschaft ist alles Möglich- und verhaftet.